Herzlich willkommen zu meinem neuen Hochtun Video. Wir starten auf der Täschhütte 2700 Meter und steigen über das Alphubeljoch und die Eisnase auf den Gipfel des Alphubels 4206 Meter. Abstieg geht es dann nach Saas Fee über den sehr spaltigen und zerklüfteten Feengletscher. Viel Spaß beim Video. Send your dreams where nobody else Give Your Tears To The Tires Soare 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 Doch, schau! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018